Packliste Essentials für den Roadtrip Technologie und Navigation Apps und Gadgets für den Roadtrip Rechtliches Führerschein, Versicherung und Pannenhilfe in der EU Roadtrip in Europa Reisen mit dem Auto innerhalb der EU City Trips, Camping, Landschaft Rundfahrt mit dem PKW Romantische Städte und Urlaubsinspiration Mehr im Buch auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Packliste Essentials für den Roadtrip Alles, was du für eine unvergessliche Reise brauchst Ein Roadtrip bietet dir die Freiheit, die Welt auf eigene Faust zu erkunden Es ist die perfekte Gelegenheit, spontane Entscheidungen zu treffen abgelegene Orte zu entdecken und atemberaubende Landschaften zu genießen Doch bevor du dich ins Abenteuer stürzt, ist es wichtig, gut vorbereitet zu sein Die richtige Packliste ist entscheidend, um sicherzustellen, dass du für jede Situation gerüstet bist Hier sind einige essentielle Dinge, die du auf keinen Fall vergessen solltest Kleidung und persönliche Gegenstände Für einen Roadtrip ist es wichtig, vielseitige und bequeme Kleidung einzupacken Denke daran, dass das Wetter unterwegs sehr unterschiedlich sein kann Besonders, wenn du durch verschiedene Klimazonen fährst Packe leichte, atmungsaktive Kleidung für warme Tage und wärmere Schichten für kühlere Abende ein Eine Regenjacke ist unerlässlich, um dich vor unerwarteten Regenschauern zu schützen Neben der Kleidung solltest du auch an persönliche Hygieneartikel denken Zahnbürste, Zahnpasta, Duschgel, Shampoo und Handtücher gehören ebenso in dein Gepäck wie Sonnencreme, Insektenschutzmittel und ein kleines Erste-Hilfe-Set Für den Fall, dass du einmal keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen hast, sind feuchte Tücher und Handdesinfektionsmittel sehr nützlich Ausrüstung für Übernachtungen Falls du planst, unter freiem Himmel zu übernachten oder auf Campingplätzen Halt zu machen, ist die richtige Ausrüstung ein Muss Ein Zelt, eine Isomatte und ein Schlafsack sind grundlegende Ausrüstungsgegenstände, die dir eine angenehme Nacht unter den Sternen ermöglichen Denke auch an eine Stirnlampe oder Taschenlampe und ausreichend Batterien oder eine Powerbank, um stets Licht zu haben Ein portabler Campingkocher, Geschirr, Besteck und ein Vorrat an nicht verderblichen Lebensmitteln sorgen dafür, dass du jederzeit eine Mahlzeit zubereiten kannst Vergiss nicht, genügend Wasser einzupacken und eine wiederbefüllbare Wasserflasche mitzunehmen Ein Multitool und ein Feuerzeug können sich ebenfalls als sehr nützlich erweisen Technologie und Navigation Apps und Gadgets für den Roadtrip In der heutigen digitalen Welt kann Technologie ein wahrer Segen auf einem Roadtrip sein Verschiedene Apps und Gadgets erleichtern nicht nur die Navigation, sondern sorgen auch dafür, dass du immer auf dem richtigen Weg bleibst und interessante Orte entdecken kannst Für die Navigation bieten sich verschiedene GPS-Apps an, die nicht nur aktuelle Karten, sondern auch Informationen über Staus, Unfälle und Baustellen liefern Einige Apps bieten sogar die Möglichkeit, Offline-Karten herunterzuladen, was besonders nützlich ist, wenn du in Gebieten ohne Internetverbindung unterwegs bist Zusätzlich gibt es Apps, die speziell für Roadtrips entwickelt wurden und dir interessante Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Unterkünfte entlang deiner Route empfehlen Ein weiteres nützliches Gadget ist ein Autoladegerät für dein Handy oder deine anderen elektronischen Geräte Eine Powerbank ist ebenfalls eine gute Investition, besonders wenn du planst, längere Zeit fernab der Zivilisation zu verbringen Bluetooth-Lautsprecher können die Fahrt angenehmer machen, indem sie dir die Möglichkeit geben, deine Lieblingsmusik oder Podcasts in bester Qualität zu genießen Rechtliches Führerschein, Versicherung und Pannenhilfe in der EU Bevor du deine Reise antrittst, solltest du sicherstellen, dass alle rechtlichen Aspekte geklärt sind Innerhalb der Europäischen Union ist es wichtig, dass du einen gültigen Führerschein mitführst Falls du aus einem Nicht-EU-Land kommst, benötigst du möglicherweise einen internationalen Führerschein Informiere dich im Voraus über die jeweiligen Bestimmungen deines Reiseziels Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Versicherung Eine Haftpflichtversicherung ist in den meisten Ländern der EU obligatorisch und schützt dich im Falle eines Unfalls vor hohen Kosten Darüber hinaus ist es ratsam, eine Kaskoversicherung abzuschließen, die Schäden an deinem eigenen Fahrzeug abdeckt Prüfe auch, ob deine Versicherung eine Pannenhilfe beinhaltet Falls nicht, kannst du eine separate Mitgliedschaft bei einem Automobilclub in Erwägung ziehen, die dir im Falle einer Panne Unterstützung bietet Aktuelle Reisetipps und Empfehlungen In der heutigen Zeit ist es wichtig, sich vor der Abreise über die aktuellen Reise- und Gesundheitshinweise zu informieren Einige Länder haben spezifische Regelungen, die du beachten solltest Insbesondere im Hinblick auf die aktuelle globale Gesundheitslage Halte dich über mögliche Einreisebeschränkungen und notwendige Gesundheitsdokumente auf dem Laufenden Eine gute Vorbereitung sorgt dafür, dass du sicher und entspannt reisen kannst Ein weiterer Tipp ist, möglichst flexibel zu bleiben und dich auf unvorhergesehene Änderungen einzustellen Sei es eine Straßensperrung oder eine Wetteränderung Mit der richtigen Planung und einem positiven Mindset wird dein Roadtrip zu einem unvergesslichen Erlebnis Plane auch genügend Zeit für Pausen und spontane Entdeckungen ein Schließlich ist das Abenteuer unterwegs oft der beste Teil der Reise Packliste – Essentials für den Roadtrip Eine umfassende Packliste ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden, der einen Roadtrip in Europa plant Sie hilft sicherzustellen, dass man alles Notwendige dabei hat, um die Reise zu genießen und mögliche Probleme zu vermeiden Hier sind einige Essentials, die auf keiner Packliste fehlen sollten Fahrzeugbezogene Essentials Fahrzeugpapiere, Führerschein, Fahrzeugschein, Versicherungsdokumente und GGF dem Mietvertrag Reserverad, Wagenheber, Werkzeugset für kleine Reparaturen Warndreieck und Warnweste gesetzlich vorgeschrieben Ersatzlampen und Sicherungen Navigationsgerät oder Smartphone mit aktualisierten Karten und Ladegerät Persönliche Essentials Reisepass oder Personalausweis Gesundheitskarte und Reiseversicherungsdokumente Medikamente und Erste-Hilfe-Set Sonnencreme, Sonnenbrille Hut, Regenjacke, Regenschirm und wetterfeste Kleidung Kamera oder Smartphone Kleidung und Ausrüstung Bequeme Kleidung und Schuhe Badebekleidung und Handtücher Schlafsack, Kissen und Zelt Campingausrüstung wie Kocher Geschirr und Besteck Wander- oder Wanderschuhe Picknickdecke Versorgung und Verpflegung Wasserflaschen, Snacks, Kühltasche oder Kühlbox Landkarten oder Reiseführer Notizbuch und Stift Kleingeld für Mautgebühren und Parkgebühren Unterhaltung und Komfort Musikplaylists, Hörbücher, Spiele oder Bücher Powerbank, Ladegerät, Kopfhörer Sicherheitsausrüstung Feuerlöscher, Verbandskasten Taschenlampe oder Stirnlampe Sicherheitsgurte und Kindersitze Umweltschutz Mülltüten Recyclingbeutel Wiederverwendbare Wasserflaschen und Behälter Umweltfreundliche Reinigungs- und Hygieneprodukte Eine sorgfältig zusammengestellte Packliste Hilft nicht nur dabei, nichts Wichtiges zu vergessen Sondern kann auch dazu beitragen, Platz und Gewicht zu sparen Und die Reise angenehmer zu gestalten Passe die Liste individuell an Je nach Reiseziel, Dauer und persönlichen Vorlieben Technologie und Navigation Apps und Gadgets für den Roadtrip Moderne Technologie kann ein Roadtrip erheblich erleichtern und bereichern Navigations-Apps wie Google Maps und Waze bieten Echtzeitverkehrsinformationen Während Apps wie Roadtrippers und iOverlander bei der Planung der Route und der Suche nach Sehenswürdigkeiten und Unterkünften hilfreich sind Eine gute Vorbereitung und der richtige Einsatz von Technologie können den Unterschied zwischen einer stressfreien und einer chaotischen Reise ausmachen Denke auch an Roaming-Kosten und mobile Daten, um unerwartete Überraschungen zu vermeiden Rechtliches Führerschein, Versicherung und Pannenhilfe in der EU Beim Reisen innerhalb der Europäischen Union gibt es einige rechtliche Aspekte, die zu beachten sind Ein gültiger Führerschein und eine Haftpflichtversicherung sind unerlässlich, um sicher und regelkonform zu reisen Es ist auch ratsam, eine Zusatzversicherung für Pannenhilfe abzuschließen, falls deine bestehende Versicherung diese nicht abdeckt Eine sorgfältige Planung und Vorbereitung in Bezug auf rechtliche Aspekte kann dazu beitragen, unerwartete Probleme zu vermeiden und eine sichere und angenehme Reise zu gewährleisten Ein gut geplanter Roadtrip kann eine der schönsten Arten sein, die Welt zu erkunden Mit der richtigen Ausrüstung, den passenden Apps und Gadgets sowie einer sorgfältigen Vorbereitung in rechtlichen und gesundheitlichen Fragen steht deinem Abenteuer auf vier Rädern nichts mehr im Weg Packe klug, plane vorausschauend und genieße die Freiheit, die ein Roadtrip dir bietet Viel Spaß und gute Fahrt Mehr im Buch Roadtrip in Europa, Reisen mit dem Auto innerhalb der EU, Citytrips, Camping, Landschaft, Rundfahrt mit dem PKW, romantische Städte und Urlaubsinspiration auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst Dein Feedback hilft nicht nur dabei, diesen Podcast zu verbessern, sondern unterstützt auch, dass noch mehr Menschen auf ihn aufmerksam werden Wenn du auf YouTube zuhörst, vergiss nicht, den Daumen hoch zu klicken und den Kanal zu abonnieren, um keine zukünftigen Folgen zu verpassen Dein Like zeigt mir, dass dir der Inhalt gefällt und motiviert mich, weiterhin interessante Themen für dich zu behandeln Auf Spotify, Apple Podcasts oder jeder anderen Plattform kannst du mich unterstützen, indem du mir folgst und eine positive Bewertung hinterlässt Jede Bewertung und jeder Kommentar sind Gold wert und helfen dabei, diese Community zu vergrößern Und falls du auf Social Media unterwegs bist, teile doch gerne diese Folge mit deinen Freunden oder in deiner Story Tagge mich, damit ich deine Posts sehe und wir uns auch dort vernetzen können Nochmals danke, dass du Teil dieser Podcast-Reise bist Bis zur nächsten Episode Mach's gut und bleib inspiriert Francis B company FSB Martin Michael Gott Thomas Vielen Dank.